So, seid ihr bereit? Ja. Hervorragend. 3, 2, 1. Hallöchen Leute und willkommen zu Spassion Online. Äh, mit Zombie und Moorgame. Oh, siehste mal, so macht man's richtig. Hallo, ich bin Zombie. Hallo, ich bin Mr. Moorgame. Das sind die Nintendo-Fähigkeiten von Decay. Bei mir gibt's ganz viele tolle Tiere auf dem Kanal zu sehen. Was? Bei mir auch, aber dem geht's nicht so gut. Alter. Bei mir gibt's Mini-Kraft. Ja, der Moorgame, der spielt nämlich nur Minecraft. Nur. Er hat auch gesagt, er würde nie was anderes auf seinem Channel spielen als Minecraft. Nee, ich kann es nicht tun. Nee, unmöglich. Und, äh, Zombie macht Sachen. Zombie macht viele Sachen. Zombie macht ganz viele tolle Sachen. Zum Beispiel eine Runde Splatoon mit uns dreien hochladen. Genauso wie Mr. Moor auch. Genau. Das ist nicht bei uns allen zu sehen. Jetzt machen wir mal die Werbung für uns. Ich freu mich schon auf Splatoon. Ich freu mich schon auf Splatoon in Minecraft. Also dann hab ich ehrlich, dann brauch ich nicht mehr mit euch spielen. Gibt's doch schon. Japsch. Japsch. Noch will ich's normal spielen, lass mich. Okay. Das Witzige ist ja, ich hatte jetzt eben in der Runde irgendwie elf Kills geholt und ich wette mit euch, jetzt wo meine Aufnahme läuft, reiß ich einfach gar nix mehr. Aber das Schöne ist, wenigstens ist es bei Moorgame als Beweis. Ja. Ja. Stimmt. Immerhin. Wie viele Kinder mit Käppi laufen hier rum? Sorry. Ist übrigens, sehe ich das richtig, dass Jan nicht mehr in der Gruppe ist? Ja, du hast ihn rausgemacht. Ich glaube, ich habe ihn nicht. Jan ist dominiert worden. Er tut mir... Oh ne, er ist noch dabei. Jan, es tut mir leid. Oh Gott. Es war keine Absicht. Es ist Krieg. Der Abi Jan wird hier nach nie wieder Splatoon spielen wollen. Und das ist meine Schuld. Oh Mann, ey. Er hat mich aber jetzt offiziell gekillt, nachdem, bevor er dann vom Zombie einfach überrannt wurde. Aber trotzdem. Er hat seine Rache. Endlich. Vielleicht können wir doch nochmal Splatoon spielen in Zukunft. Nicht aufgeben. Niemals. Ich habe Jan von hinten getötet. Nochmal. Okay, also immer Jan töten. Ich merke es mir. Erstmal ne Rakete in die Feindesbasis. Oh, er ist gerade gejumpt und ist mir direkt ins Visier gesprungen quasi. Oh. Man muss aber sagen... Ich roll roll. Man muss sagen, ich finde Jan ist schon ein Champ. Der hat hier echt aufs Maul bekommen die letzten Runden. Und er ist immer noch dabei. Ja. Nicht aufgegeben. Er gibt nicht auf. Finde ich gut. So ist auch richtig. Nicht gleich hier einmal verlieren und dann gleich aus dem Match raus. Ach, das habe ich schon oft genug gemacht. Ja, siehste. Und deshalb wirst du nie so krass geil drauf sein wie Jan. Ja gut, ich möchte auch ehrlich gesagt nicht die selben Erfahrungen wie Jan machen. Na das sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, haben wir ganz gut gemacht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir haben zwar noch so einen Schnörkel bei uns reingemacht, aber keine Chance. So und weil sich die Leute unter meinem Video mit Zimbel das letzte Mal beschwert haben, warum ich denn nicht mit Bewegungssteuerung spiele. 4 zu 0. Oh. Haben sie? Ach ich werde übrigens immer ein letzter sein, weil der Pinsel für beide Maps die gerade sind richtig scheiße. Aber ich gebe mir Mühe. Du hast quasi exakt die richtige Waffe gewählt. Ich habe Lust mit dir zu spielen. Ich habe das Gefühl, ich habe aktuell die richtige Waffe. Außer in der ersten Folge von Zimbel. So wie viele Runden machen wir eigentlich insgesamt? So vier Runden oder was? Du kannst es machen wie du es lustig findest. Ich mache immer so bis zu 25 Minuten, aber das ist ja auch ein bisschen extrem lang für manche Kanäle. Ich mache mal 15. Mr. Moore macht immer so 10. 10, 15. 10, 15. Ja, machen wir mal vier Runden, das passt schon. Bei Minecraft mache ich sogar unter 10. Bei Minecraft mache ich sogar unter 10. Okay. Dann mache ich immer rundenweise. Du mache jetzt auch rundenweise. Ja, genau. Einfach immer so drei Minuten Videos. Hey, die Zuschauerbindung wäre perfekt. Also rein statistisch betrachtet. Zwischendrin wird noch Werbung, ne? Oh, können wir auf meinem Channel bitte auch die neue Map zeigen, please? Ich kriege jetzt sowieso... Das ist doch die. Ja, das ist es halt. Ich bin mit Jan im Team. Oh. Ich gebe auf. Du musst ihn carry in. I surrender. Du musst jetzt Jan carry in Zimbel. Okay, vielleicht nur bei Jan. Ich verteidige ihn mal ein bisschen. Jan ist verwirrt auf dem Boden, ne? Jan weiß auf jeden Fall nicht, dass es die Tintenfischform gibt, wie es scheint. Oh, okay. Er hat doch einer das Tutorial übersprungen. Aber das Tutorial ist auch nicht. Oh, ich weiß noch, meine erste Runde, ich war richtig schlecht. Und dann in der zweiten Runde, ich war so gut. Nein, okay. Wow. Oh, Jan hat Kontakt mit dem Roller. Nein! Ich habe Jan gedefft, okay. Jan hat einen Kill gemacht. Jan hat einen Kill gemacht. Jan hat seine Ulti. Oh, nee. Jan! Wobei ich bin! Ja! Ich habe Jan gedefft. Ich habe den Kill gemacht. Nein, ich habe keinen von euch mit der Ulti erwischt. Kein! Und Jan hat überlebt. Ey, ohne Witz, der Deft jetzt wirklich aktuell Jan. Das ist richtig gemahlen. Nein! Ich habe gesehen, wie eine Rolle auf Jan zugekommen ist. Wow. Wer ist hier gerade an mir vorbeigeschwommen? Jan kommt zu mir. Richtig gut. Guter Jan. Ja! Das ist wie hier die Postkarte abgeht, ey! Holy shit! Okay, alles wieder gut. Alles wieder gut. Hervorragend. Sind wir wieder alle ruhig, Jan? Jan ist schon mal gestorben und Jan kommt schon wieder zu. Ja! Nein! Ich habe mich vielleicht jetzt ein bisschen zu weit vorgetraut. Ja gut, das war Jan. Zimbel! Jetzt muss ich wieder hinter ihm sauber machen. So! Alter! So schnell! Diese scheiß Quasto, ey! Jetzt muss ich wieder hinter ihm sauber machen. Das war auch unmöglich. So! Dafür bist du auch da! Fürs Saubermachen! Das ist mein Job! Das ist dein Job! Wargame, du bist direkt auf den Eri zu gerannt, hast umgedreht! Der hat ein Schutzschild! Mach ihn platt! Dankeschön! Bitte, bitte! Will, dass Jan der beste Spieler aus unserem Team durch! Das versteht du beim Namen! Jan ist jetzt Smooth! Hauptsache nochmal zu den Gegnern rennen und eine schöne Spur ziehen überall! Ja, ja! Und noch eine Rakete am Ende! Oh, was? Die ist gar noch durchgekommen? Ja, die kann man ganz am Ende abfeuern. Das machen richtig viele! Ist immer so eine Notsicherung! Nein, wir haben einfach verloren, ey! Ja, aber... Minigstens war es nicht nur wegen der Rakete jetzt! Jan ist bestimmt bester im Team! Nein! Nicht ganz! Das passt! Aber ich war in der Beste bei uns! Ich hab nichts gemacht noch, wenn ich überjahre! Ich hab mich nur verteidigt! Oh, Mann! Aber gut verteidigt! Ja, das stimmt! So, komm! Neue Map! Please! Los, wir müssen alle beten! Zu wem denn? Zu Nintendo? Nintendo ist mein einziger Gott, den ich ansiege! Gott! Ich bitte auch jeden Tag zu Nintendo, dass sie meine Videos nicht striken! Jeden Tag, an dem Nintendo nicht meine Videos strikt, ist ein guter Tag! Lalalalalala! Wir müssen mal Splatoon in Real Life machen! Ja, exakt! Splatoon in Real Life! Na, das geht schlecht, weil die Farben sich mischen! Naja! Ja, was? Am Ende ist das alles braun! Das ist voll die braune Masse! Wer hat jetzt gewonnen? Wer hat jetzt gewonnen? So, was ist denn hier jetzt los? Jan hat gewonnen! Ja, keine Ahnung! Vielleicht hat Jan jetzt einfach den Server gehackt! Und übernimmt jetzt! Gott! Ah, Dad ist da! Hallo Dad! Da! Das ist jetzt der Vater von Jan, den hat er schnell gerufen! Papa! Papa, die töten mich! Das ist wahrscheinlich voll der US Marine einfach! Genau! Mit so richtig fetten Vollbart! Ja! Jan ist einfach so ein richtiger, so ein richtiges Monster irgendwie! Seine Finger sind einfach nur zu groß fürs Gamepad! Wow! Deswegen verfehlt er die Zinten für den Staff! Er drückt immer alle Knöpfe! Jan töten! So, was ist denn da jetzt los? What the fuck? Vielleicht spielen die Splatoon ja auch in den Knast! Vielleicht fehlt noch Marm! Jetzt wird er da! Schade! Es heißt bestimmt Marm! Wir brauchen Google! Manchmal übertrifft sich das Spiel selbst mit der Lobbyfindung! Jaja! Aber es funktioniert eigentlich echt schnell sonst! So! Hey, Morgi! Na, Witze! So! Komm schon! Mach mich nicht traurig! Witze! Jetzt nochmal! Jetzt nochmal! Na! Danke! Ach! So! So, jetzt noch die neue Map und dann bin ich glücklich! Nice! Das ist übrigens die neue Map, liebe Leute! Der... Der... Ich hab den Namen schon! Ich kann... Ich hab den Namen! Mit wem redest du? Lädst du jetzt Uncut hoch, oder? Ja, ja! Ich lad die komplette Uncut-Version hoch! Freuen sich die Leute, ne? 30 Minuten nichts! Machst du noch ne Werbung zwischen einem? Zwei! Zwei! Für den Aufwand des Wartens! Ja! Ja! Finde ich... Finde ich auch... Von meiner Seite... Heilige Kacke hat die Waffe eine Reichweite! Ich schieße ja bis ans andere Ende des Universums! Ich weiß, wo ich von Zomberg sind! Bis ans andere Ende des Universums! Ja! Nicht an das eine, sondern an das andere! Wo ist das Universum? Kann man das essen? Ja! Na, warte... Warte warte, warte, warte... Aua! Ich wurde gerade von... von einer dieser... brücken mit N'M Quasto erledigt Hah! Nice! Was, ME MEN Quasto? Ja, der hat von oben einfach runtergespritzt! Auf meinen Kopf! Nice! Das war's h Todd! Aua! Hallo! Ich hab's nicht, so zum Ziel! Ich werd ja immer Panisch, wenn ich die seh! scheinbar. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Der echte, der echte! Ja, ich targete immer euch, weil ihr Fan seid. So läuft das. Eigentlich bin ich nur ein Screenshot. Zippe! Jetzt habe ich es mal geschafft. Ja! Vor allen Dingen, ich habe dich da rausspringen sehen und habe mir gedacht, okay, den verarscht jetzt. Und dann hast du mich verarscht. Oh Gott, ich werde dich verarscht. Von diesem scheiß Roller. Warum kommt der denn auf einmal von hinten? Okay. Ach, hallo Tintenfisch in meinem Rücken. Hi! Habt euch den so einpermen gesehen und dachten dann, hey, darfst du da mal hallo? Macht ihn mein Team auch schon wieder. Ah, verdammt! Na denn. Oh, das ist aber... Tinteleer. Ja. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Oder? Bisschen zu eindeutig. Wenn der jetzt noch reicht, ne? Nee, aber ich glaube nicht. Nee. Neee. Aber warum färbt der so viel? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Der hat extrem viel eingefärbt jetzt. Fand ich ein bisschen kurios. Wenn ich den schieße, färbt der immer nichts ab. Muss man den Tank von sich selber vorher füllen, bevor man das abschießt vielleicht? Man schießt ja den Tank als Rakete. Stimmt. Hm. Letzter Kleidungsboni. Na gut, ein bisschen machen wir noch. Und dann fahre ich bei Zimple und Morgang vorbei und haue ihn einfach persönlich aufs Maul. Okay. Ich denke, das ist durchaus vertretbar. Bin ich dran gewöhnt. Dass du aufs Maul bekommst. Ja. Ding Dong, wer ist das? Hast du deine Videos, Fettstag? Mach mal mehr Minecraft. Mach noch mehr Minecraft. Oh Mann, ey. Komm schon. Lobby, mach mich stolz. Dankeschön. Hey, Daniel. Dankeschön. Wenn du zuschaust, bist du gerade mein Daniel. Danke, Daniel. Ich vermisse jetzt unseren Freund hier. Weil man nicht so freundlich ist. Okay. Daniel, du Spacko! Ich komme auf dein Leben klar, ey. Scheiß Paul Stalker. Aber das Problem ist, wir haben jetzt unseren guten Freund nicht mehr in der Lobby, ne? Den Jahn? Ich darf wieder gegen euch fighten. Ja, Jahn. Ja. Ja, Jahn war halt echt ein Trooper, muss man einfach mal so sagen. Ein Koopa Trooper. Ein Koopa Trooper, ja. Von so einer Intelligenz her wird's passen. Zimple! What the fuck? Was sind das denn für Töne hier? Vor allem, was ist das für ein Diss, Alter? Ey, du bist so dumm wie ein Koopa Trooper. Oh, wir hatten hier gerade den Quasto bei euch im Team. Der ist nämlich furchtbar rumlecken. Äh, ich wahrscheinlich. Hast du einen Quasto gerade? Wenn er es in feint. Ich hab einen im Team. Ach so, jaja. Ja, der ist gerade davon geleckt quasi. Nice. Da war's Humble. Der Mr. Moore. Da war's der Zombie. Wow, ihr habt ja einen Sniper, holy shit. Jetzt krieg ich wieder Panik, ja. Ich bin so mit Sterben beschäftigt. Ach so. Wupp. Ich färbe um. Ach nee, das hat mir andere Waffe. Oh, verdammt. Das ganze Match ist gerade laggy. Ich kann gerade den Boden wieder nicht einfärben. Ja, bei mir war's eben auch so. Hm. Das liebe ich ja total, wie das passiert. Perfekt. Ah. 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 Ja, ich hab auch. Hä? Hä? Was? Ich bin einfach zerplatzt. Ja. Lagmatch halt. Nice. Ist gut, ne? Ja, ich zerplatze und dann geht's so um vier Ecken. Der hat dich getötet. Ich mein, ich färbe ein, das zählt einfach gerade gar nicht. Nur bei mir, Einfärben geht bei mir. Ja, Einfärben, ich, ja. Ich wollt grad sagen, Einfärben geht bei mir mittlerweile auch. Und was ist? Ich kann nicht einfärben. Hervorragend. Hervorragend. Timing. Ah, mir fällt gerade auf, wenn man seine Ulti einsetzt, wird die Tinte von einem aufgefüllt. Automatisch. Wirklich? Mindestens bei der Ulti, die ich gerade hab. Okay. Wohohohoho. Okay. Oh nein, 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 nein. Wer ist da? Echt? Hallo. Hi. Manchmal frage ich mich, wofür ich alles einfärbe, wenn ich dann auf die Map gucke, nachdem ich fertig eingefärbt hab und alles wieder blau ist. Ja. Es ist zwecklos, Zimbel. Wofür lebe ich? Warum bin ich? Wauwauwauwau. Ja, die Waffe ist stark. Beide Schüsse müssen treffen, dann bist du tot. Ja, drei Leute getötet. Zimbel! Man, bei mir hat das Einfärben wieder mal nicht richtig geklappt. Das hat nicht gezählt einfach. Das sieht nicht gut für uns aus. Wow, das dauert auch gerade ewig, bis das Match vorbei ist. Äh. Du musst rechnen. Mathe ist schwer. Ich glaub, Jan ist dafür zuständig gerade. Also irgendwer war da mächtig am rumlenken. Boah, echt? Ah! 0,3 Prozent! 0,3 Prozent! Sehr nice! Sehr, sehr, sehr schön. Hättest du geschossen, statt der Granate zu werfen. Nein! Nein! Hä? Guck mal, Kira hat null Punkte! Ja, wird's wohl liegen! Ihr wart nur zu dritt und wart auch nur 0,3 Prozent hinten. Wie scheiße waren wir gerade? Holy shit! Nein, nein. Kira ist ausgetimt wahrscheinlich. Ah, neue Maps! Ja gut, das kann sein. Ja, sehr gut. Perfektes Ende. Neue Maps! Ja! Dann, äh, würd ich sagen, was das von meiner Folge, die werd ich dann die Wartezeit etwas rausschneiden müssen. Und, äh, schaut auch bei Moorgame und... Wie hast du vorhin gesagt? Zobi? Zobi! 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 Bleibt spritzig! Muri und Zobi vorbei. Ich hab jetzt einfach den Spruch der Nachrichtensprecher geklaut. Bleibt spritzig! Bleibt spritzig und... Schaut mehr Minecraft! Spritzt, spritzt nicht überall in der Gegend rum. Minecraft! Das ist recht nicht. Oh, neue Kleidung shoppen! Kleidung.